Hallo zu einem weiteren Tutorial unserer neuen Version iHouse 2.0. In der neuen Version haben sich einige Dinge getan. Neben Veränderungen im Design ist wohl die größte Veränderung, dass es uns gelungen ist, KNX in iHouse zu integrieren. Bestehende KNX-Lösungen können somit durch die Erweiterung von iHouse flexibel ausgebaut und flexibel verändert werden. Durch die Kooperation mit unserem Partner Jung ist es somit möglich Jung-Komponenten zu steuern. Dies ist einerseits durch Smart Devices wie iPhone oder Jungpanel möglich, andererseits auch durch Schalter. Die KNX-Integration bietet noch weitere Vorteile. Erstens, es entsteht ein einfaches und verständliches Bedienkonzept für Installateur und Anwender. Zweitens, durch die Integration wird die Sicherheit einer Profi-Installation mit einer noch nie dagewesenen Bedienfreiheit für den Anwender verbunden. Drittens, Reklamationen und Nachprogrammierungen entfallen, wodurch Zeit und Kosten gespart werden. Und viertens, durch die Integration können wir von iHouse unseren Usern komplett neue Features liefern, die Komfort und Sicherheit erhöhen. Beispiele für solche Features sind zum Beispiel die Welcome-Funktion oder auch Hello-Funktion genannt oder auch die Hilfe-Funktion Panik-Funktion genannt. Bei der Welcome-Funktion ist es so, dass auf Knopfdruck beispielsweise das Rollo hochfährt, die Musik angeht, die Kaffeemaschine angeht und so weiter. Jeder Mensch kann sich die Welcome-Funktion individuell auf sich zuschneiden. Ein Beispiel dafür sieht folgendermaßen aus. Eins steht damit zumindest mal klar, Ihr Haus ist somit immer auf Knopfdruck starker. Eine weitere Funktion, die ich schon genannt habe, ist die Hilfe- oder Panik-Funktion. Hier ist es so, dass Kinder oder hilfsbedürftige Menschen auf Knopfdruck-Hilfsprozesse einleiten können und Hilfskontakte alarmieren können. Wie wir solche Features in iHouse erstellen und wie wir generell KNX in iHouse einbinden, erkläre ich in den nächsten Tutorials Step-by-Step anhand des Young-Panels. Wir sehen uns im nächsten Tutorial.